Eine Woche abhängen mit deinen Freunden auf der schönsten Insel Italien, ICF Sommercamp 2008. Wir fahren nach Alvarela, da gibt es alles, was dein Urlaubsherz begehrt. Am besten packst du alle deine Freunde mit ein und kannst für eine Woche in einer tollen Location Urlaub machen. Und das alles vom 23. bis 30. August 2008. Für die Anmeldung und Infos checken www.icf-münchen.de